hallo und willkommen zu diesem neuen video auf cyber-01 heute spielen wir gold simulator ja ich bin echt gespannt wie es so ist weil ich kenne es nur von früher ich habe es seit drei jahren oder so glaube ich mal gespielt oder seit zwei weiß ich gerade nicht auf jeden fall bin ich echt gespannt wir sehen uns nach dem nicht intro weiß noch als habe ich muss mich mal als machen oder besorgen also ja wir sehen uns gleich wieder bis gleich so drin angekommen gucken wir uns erst mal die steuerung an ok hier springen ok dann damit greifen wir uns das weiß ich und da legen wir uns hin ok hier erstmal trofee abstaub ich habe mich dumm ja große ziehe gucken wir hier rein und störung ist echt schlimm ich gucke dass wir nicht runter da reingehen so bam 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 zehn schluss wir sollen alles verkünden das jetzt so dass jetzt schon wieder sein egal egal so das zieht zu ich habe kalt aus wir müssen entziehen kriegen ok das macht sinn guck uns mal hier hinten die dings an ich rutsche zeitraffer bis ich oben bin ok wird doch ein kurzer cut ja lol ähm dann rutschen wir mal da war gerade ein profil ok ah ja das ist ein zieger ok komm dann rutschen wir mal ok wow 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 das ist viel zu schnell ach man das Ding wird aufstehen so egal gucken wir uns mal weiter hier alles an äh so na das interessiert mich nicht so äh da rennt eine ok so dann boah kurz hier mal ein bisschen um ah da sind auch vier hier für hier für was ist das für fackeln was ist das die opfer sammeln hä was für opfer hallo und herzlich willkommen so ich bring mal menschen her äh ach ja stimmt ist das und damals weiß ich es noch ein bisschen oh gott nehmen wir mal hier so ein mit ähm hier hoch hoch so leh ich mal da hin hm ok ich weiß nicht ob es das ist egal ich mach einfach jetzt mal einen cut bis es kurz bevor ich es geschafft habe ja bis gleich ok hier rum angekommen oder nicht angekommen oder nicht angekommen ich weiß es nicht wie viel mir noch fehlen ich habe es auch irgendwie echt mit meinem angekommen über dieses hier rum angekommen oder nach dem intro angekommen was schritten wir ja egal so heizung sehr leise so wir gehen dann hier erstmal da hoch äh wie viel fehlen denn eigentlich noch wir haben jetzt drei ich weiß nicht wie viel man hier haben muss ich also ich weiß nicht mehr sagen wir es so komm dann machen wir das schon mal hier hin oh was Hilfe was ist das was passiert hier aaaah was einfach für eine große Aufgabe was man jetzt damit was ist das ja oben wir haben eine neue Ziege ich guck mal nach oh 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 Gott oh Gott oha oha das ist wie zu krass äh sind wir jetzt eine Teufelsziege ja ok krass also das war es mit dem Video ähm also ich fand es hat Spaß gemacht dann am Ende wurden wir auch noch so eine eben so eine Ziege so eine Teufelsziege das wurde schon mal auch lustig auf jeden Fall ähm ich hoffe euch hat das Video gefallen äh lasst gerne ein Abo und ein Like da wenn ja wenn nicht auch egal ähm dann ähm dann kommt der zweite Part also auch gerne Klok aktivieren dann ciao bis zum nächsten Video okay don ja da aber dann da